Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei knapp 53 Cent, 2,6% hier wieder nach oben gestiegen. Der gesamte Markt ist auch wieder schön grün. Wir haben allen voran Millix, wie soll es auch anders sein, mit knapp 13% im Plus. Und Bitcoin auch wieder 3% gestiegen hier, über 41.500. Die heutige Folge ist wieder vollgepackt von neuen News und deswegen springen wir direkt rein und zwar hier von James Rule XRP. Da geht es um die Ripple Aktien, denn wir haben hier bei Linkto wieder ein paar neue Aktien, also frische Aktien quasi direkt aus dem Ofen. Kommen Sie zu uns und für alle Leute, die in den USA akkreditierte Investoren sind, was wahrscheinlich hier von den Zuschauern die wenigsten sein werden, die können sich hier freuen, denn sie können wieder ein wenig Ripple Aktien kaufen. In der Vergangenheit war es bis jetzt historisch immer so, dass Ripple sie ein, zwei Jahre später zu dem doppelten Preis wieder zurückgekauft hat. Was schon eine ordentliche Summe und ein ordentliches Statement ist. Also für alle Leute, die da Interesse haben, können sie hier eben über Linkto einmal einsteigen. Ist immer nur für eine kurze Zeit verfügbar und die sind auch immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Also da muss man wirklich direkt dahinter sein, direkt Gas geben und dann kann man das machen. Wenn ihr einer der Glücklichen seid, die da mit dabei sind, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich mit euch gerne mal darüber sprechen. Aber wir schauen uns lieber an, was konkret sich bei Ripple ändert, denn wir haben hier ein paar neue Stellen, die offen sind. Und zwar hier als Senior Manager for Business Development in New York. Wir wissen ja aktuell, Ripple ist sehr vertreten in New York, ist da sehr aktiv und sie wollen eben Institutional DeFi Business Development Senior Manager hier haben. Und man muss dann ja immer so ein bisschen in die Beschreibung hier blicken, um zu verstehen, was sie genau machen wollen. Und jetzt haltet euch tatsächlich fest, hier bei dem Thema, was wirst du tun und den Kernkompetenzen, hat man hier oben einmal Work Closely with the Product. Das ist okay. Und dann haben wir natürlich Drive Cryptocurrency Related ETFs, Initiatives with Intern Trading Teams and Relevant Partners. Das bedeutet, man kümmert sich um ETF-bezogene Initiativen mit dem internen Handelsteam und relevanten Partnern, die da mit dabei sind. Also im Umkehrschluss heißt es, dass man sich um einen XRP-ETF kümmern könnte in Zukunft, der dann von Partnern rausgegeben wird und auch mit dem eigenen Trading Team das Ganze zu besprechen. Wahrscheinlich als eine Art Market Maker Funktion. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob Ripple selbst jetzt in den Bereich der ETFs reingehen möchte. Denn zum Beispiel der Bitcoin ETF und auch der Ethereum ETF wird ja logischerweise nicht von den Hauptfirmen, die sie herausgegeben haben, irgendwo betrieben. Weil zum Beispiel Bitcoin hat ja keine Firma, da gibt ja nicht die Bitcoin GmbH oder sowas, sondern das Ganze ist ja dezentral alles erschaffen worden. Bei Ethereum ist es ein bisschen anders, aber auch da sind die einzelnen Partner wie Fidelity oder sowas einzeln dafür verantwortlich, diese ETFs rauszubringen. Aber in Zukunft könnte Ripple eben mit solchen Börsen zusammenarbeiten, um die ETF-Auswahl hier zu erleichtern, beziehungsweise um XRP da zugänglicher zu machen. Das wäre eine Möglichkeit, so interpretiere ich das zumindest. Schreibt mir da auch mal gerne eure Meinung zu in die Kommentare. Neben diesem Job gerade brauchen sie auch noch einen Senior Product Manager im DeFi-Bereich in London und noch zwei Entwickler hier im Bereich Toronto. Also wer da Interesse hat, schaut euch die Jobs hier einmal an. Dann haben wir hier David Schwartz und er ist am 27. Februar in Denver auf der sogenannten XRP Ledger Zone bei dem Ethereum Denver Event. Finde ich erstmal ein bisschen, ich will nicht sagen widersprüchlich, aber schon so ein bisschen komisch, ne? Auf der XRP Ledger Zone bei dem Ethereum Event. Aber gut, das soll wohl so sein und wer da eben Interesse hat, den guten David mal in Real Life zu sehen, der kann da beim Ethereum Denver Event mit dabei sein. Das Ganze ist heute in einem Monat, wird das stattfinden und ich glaube, da werden auch wieder einige interessante News enthüllt werden. Ich bin mir sicher, das wird ein sehr cooles Event. Gerade auch im Ethereum-Bereich geht es logischerweise um die EVM-Kompatibilität, also um das Thema Hooks, Smart Contracts auf dem XRP Ledger. Und wenn David Schwartz darüber spricht, ich glaube, das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Dann haben wir hier von SchlaubiDev das Upgrade auf die Version 2.0.1, habe ich gestern noch im Video einmal angeschnitten. Und bis jetzt sagt er, läuft alles wunderbar, keine Ledger, die irgendwie verpasst wurden, also keine Fehler, keine Synchronisationsfehler in irgendeiner gearteten Form. Also hier, sehr gut und wenn das so weiterläuft, sagt er, dann wird er bald seine Votes wieder auf Ja stellen bei all den verschiedenen Features. Also bei den Gebühren, bei Exchange Bridge, bei einem Automated Market Maker und so weiter. Und dann bräuchten wir nur noch 5 Votes im Jahrbereich für den Automated Market Maker, damit das Ganze durchgeht. Dann, kleine Warnung hier, und zwar haben wir Bidtrue, die aktuell die US-Accounts von ihren Kunden sperren, ohne irgendeine Vorwarnung. Da sagen sie, oh ja, jetzt kannst du nichts mehr machen, du kannst nicht mehr handeln. Also nur noch das Geld wieder abheben, das geht dann netterweise noch, das gestehen sie einem dann zu. Und das liegt wohl daran, dass sie einfach ohne irgendeine Vorwarnung das Ganze KYC und auch die Nummer resetten, also einfach wegnehmen oder beziehungsweise einfach sagen, ja, ist jetzt nicht mehr aktiv, ist nicht mehr gültig und man kann sich jetzt dann da neu bewerben, beziehungsweise neu das Ganze eintragen, antragen, wie auch immer. Ja, alles eine sehr coole Aktion, wenn einem auf einmal die Börse hier einfach den Account wegnimmt. Und deswegen kann ich immer nur sagen, habt bitte die Coins nicht auf so einer Börse, auf einmal ist der Zugang da eben wie weg, dann müsst ihr euch mit irgendeinem Kundensupport eben wie rumärgern und so weiter. Das wollt ihr alles nicht, das möchte niemand auf der Welt. Und deswegen selbstverwaltet, da kann einem das nicht passieren, dass irgendwas gesperrt wird, irgendwas weggenommen wird, whatsoever. Das gibt es da in dem Bereich alles nicht. Dann geht es weiter. Wir hatten jetzt einige Tage nichts mehr wirklich vor Gericht, also Ripple vor Gericht, aber wir haben jetzt hier ein paar Kernpunkte von The Wrath of Cayman schön herausgeschrieben, wo er eigentlich mal genau beschreibt, was aktuell die Knackpunkte sind, warum wir immer noch da vor Gericht sind. Und die drei Dinge, die da eigentlich gewollt sind, ist auf der einen Seite eine Art notariell beglaubigtes finanzielles Statement für 2022 und 2023, also was da verkauft wurde sozusagen, das Ganze ist zwar schon öffentlich in gewisser Weise, aber theoretisch können sie ja alles veröffentlichen, wie sie wollen, glaube ich. Also klar, sie können sich die Zahlen jetzt nicht komplett ausdenken, aber ich glaube, da gibt es dann doch noch ein paar geschönigte Zahlen, die man dann eher vorzeigen möchte, als irgendwelche schlechteren Zahlen. Dann natürlich alle Verträge für XRP-Verkäufe nach dem Datum, das ist eben auch wichtig, und wie das Prozedere eigentlich abläuft, beziehungsweise wie die Verträge aktuell aussehen. Das hatte Ripple ja auch angekündigt, beziehungsweise sogar schon so beantragt, dass sie da ihre Verträge in Zukunft ändern dürfen im On-Demand-Diquidity-Bereich. Das Ganze wahrscheinlich eher aufgrund der neuen Richtlinien, die jeden Tag geführt dazukommen. Also das Recht wird ja immer nur noch komplizierter und irgendwie undurchsichtiger. Und genauso ist es hier eben auch. Ripple möchte da etwas verändern, und das haben sie beantragt. Das ist aber nicht eben so einfach möglich. Und das sind eigentlich die drei Punkte hier, über die sich aktuell vor Gericht ein wenig gestritten wird. Dann haben wir hier von Ripple X ein bisschen was zum Lachen. Und zwar gab es hier das sogenannte Build-on-XRP-Ledger Social Event oder die Challenge hier. Und da wurden vier Memes eingereicht. Und hier sehen wir die Memes. Einmal hier eine andere Layer-One-Chain. Und dann nein, hier rechts Build-on-XRP-Ledger. Das Auto, was hier hochdriftet sozusagen. Dann haben wir hier einmal eine Konferenz ohne XRP-Ledger-Keynote-Speaker. Alle am Pennen, alle langweilig. Dann hier sind XRP-Keynote-Speaker drauf. Das ganze Publikum rastet aus. Dann haben wir hier einmal den Ethereum-Wahl. Dann haben wir hier Solana komplett überfüllt. Und XRP-Ledger, wo die ganzen Sachen einzeln rauswachsen. Oder hier mit einem Salat. Und dann sagen die hier unten, manchmal ist Transparenz sehr wichtig. Ja, alles gute Memes. Das hier muss ich glaube ich sagen, ist mein Favorite. Wo die alle sehr happy sind, dass die XRP-Ledger-Keynote-Speaker sind. Aber das finde ich auch gut. Also ich würde glaube ich diese beiden hier da entsprechend mit dabei nehmen. Also ich glaube meine Reihenfolge ist hier Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Das heißt ich werde hier für OC-Lost-Art voten. Und ja, tatsächlich ist es auch mit am größten aktuell. Also die beiden hier werden wohl einziehen auf das Apex Dev Summit. Bin ich sehr gespannt. Und ja, finde ich sehr lustig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Meme ihr da genommen hättet. Dann haben wir hier von Stella einen neuen Werbeclip. Und zwar mit dem Partner Moneygram. Proudly on Stella Moneygram. Und immer wenn ich Stella und Moneygram sehe, hat das immer so einen Beigeschmack. Denn damals, als Ripple vor Gericht gezogen wurde, da hat Moneygram, ich glaube gefühlt noch am selben Tag, die Partnerschaft aufgekündigt. Und hat gesagt, nee, hier wir gehen jetzt auf das XLM-Netzwerk. Obwohl sie damals sehr zufriedener Ripple-Partner waren. Und das finde ich wirklich sehr, sehr komisch eigentlich. Klar, man hat eine Firma zu leiten. Und man kann jetzt auch nicht darauf warten, dass da irgendwie so ein Gerichtsverfahren jetzt zu Ende ist und so weiter. Das verstehe ich auch. Aber alle anderen Partner sind bei Ripple geblieben und es hat sich am Ende ausgezahlt. Und Moneygram ist so ein bisschen so diese Firma, die sich da direkt von beeinflussen hat lassen und halt direkt weggegangen ist hier. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Die könnten jetzt an der Seite von Ripple stehen. Vielleicht werden sie das in Zukunft auch so in Zukunft wieder tun. Aber naja, zumindest haben sie hier wieder ein paar Informationen rund um das Thema Moneygram und Stellar hier rausbringen können. Finde ich ganz cool und wollte ja auch nochmal eine kleine Bühne hier bieten. Dann haben wir hier den AUDD. Das ist ein 1 zu 1 gedeckter Stablecoin von dem Ripple-Partner Novati, der jetzt auf dem XRP-Ledger verfügbar sein wird. Ebenfalls handelbar auf Ethereum, XLM und auch Solana. Insgesamt wurden dort 600.000 Dollar geraced von finanziellen Institutionen und einem gewissen Management hier, um diesen Stablecoin rauszubringen. Ich bin mal gespannt, ob da auch mit einer Gebühr irgendwie gearbeitet wird oder wie man dann das Geld quasi wieder reinholen möchte. Das ganze Projekt hat aktuell eine Bewertung von 2,4 Millionen Dollar und kann hier von Novati gefunden werden. Finde ich sehr cool, ist nur so eine kleine Randnotiz. Aber wenn ein Ripple-Partner auf dem XRP-Ledger ein Coin aufsetzt und in dem Fall hier eben ein Stablecoin, dann würde ich sagen, ist das schon eine Erwähnung wert hier. Von daher haben wir von Novati einen schönen neuen Stablecoin, der jetzt auf dem XRP-Ledger genutzt werden kann. Dann haben wir hier noch von XPECT einmal ein paar Vorschläge zum Thema Transparenz auf dem XRP-Ledger. Denn darum geht es ja auch gerade viel, dass man in Zukunft Governance, also so ein bisschen das Verwalten und Entscheidungen auf dem XRP-Ledger ein wenig mehr in die Hände der Community legen möchte. Und das Ganze könnte jetzt hier dadurch gemacht werden, dass man eben ein neues Proposal hier annimmt. Das hat der gute VET eingereicht, habe ich gestern ein wenig darüber gesprochen. Und der gute DS schreibt dazu ein paar seiner Meinungen. Denn er wäre dafür, dass Ripple einen sehr großen Teil von dem Geld, was sie normalerweise an Investments und auch an Creator-Fonds, an Accelerator und so weiter an Firmen direkt geben, dass sie das Geld nehmen und in Zukunft eher der XRP-Ledger-Foundation zur Verfügung stellen und dass die dann damit quasi machen können, was sie wollen. Ja, das wäre natürlich alles eine schöne Idee, so in der Theorie. Aber man muss ganz klar sagen, Ripple ist immer noch eine wirtschaftlich orientierte Firma. Und auch wenn sie gerne Geld für solche Sachen ausgeben, haben sie trotzdem, glaube ich, kein Interesse, einfach große Summen, ich sage mal Millionen an Dollar, einfach zu verschenken und zu sagen, ja komm, ihr macht das schon, so in der Richtung. Ich glaube, sie tun besser daran, dass einfach einzeln so Stück für Stück zu, auch wirklich investieren quasi, in so einen Creator-Fonds oder was herum, um mal einzelne Projekte zu fördern und sich dann damit so ein bisschen mehr auch zu brüsten. Es ist ja nach wie vor das Thema, man sollte Gutes tun, definitiv, aber eben auch darüber sprechen. Das war so ein Satz, den mein Boss damals immer gesagt hat und ich habe das auf jeden Fall verinnerlicht, weil das sollte man immer tun, wenn man eben was Gutes tut, sollte man das die Welt auch wissen lassen. Und weil das ist auch immer noch die beste PR, die man haben kann. Also am Ende sollte Ripple meiner Meinung nach nicht einfach einen großen Teil des Geldes irgendwo spenden und sagen, ja komm, ihr schafft das schon, sondern sie sollten das gezielt einsetzen. Und am Ende des Tages glaube ich auch, dass Ripple da bis jetzt immer die richtigen Hebel genutzt hat und deswegen auch in Zukunft da die richtigen Entscheidungen treffen wird. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch dafür bin, dass wir mehr die Community mit einbeziehen. Ich bin dafür, dass es ein größeres Portal geben könnte, wo auch direkt quasi diskutiert wird, also ähnlich wie bei Twitter, dass man da eine Art kleines Forum hat und dass man darüber auch ein Governance-Vote stattfinden lassen könnte, um einfach mal die Meinung der Community zu sehen. Das Ganze sollte am besten auch erstmal noch irgendwie anonym laufen oder sowas. Vielleicht könnte man da ein bisschen mit NFTs arbeiten und so weiter, wo man dann quasi einen Vote castet und dieser Vote dann erst ab einem gewissen Zeitpunkt sichtbar wird, damit auch andere Leute nicht beeinflusst werden und so weiter. Also das fände ich irgendwie eine ganz coole Idee und deswegen denke ich mal, in Zukunft werden wir einiges mehr an Governance hier sehen auf dem XRP Ledger. Genauso wie wir aktuell von Fojak bzw. Mr. Pool einiges mehr sehen. Wir haben hier einmal damals 2020 schon ein schönes Bild gehabt von ihm und das hat Ripple dann später auch verwendet. Wir hatten dann hier noch ein paar neue Follower, also einmal den guten Trost Gibb und einmal den Kryptomaniac, den kennen wir mittlerweile auch zu Genüge. Elon und auch David Schwartz sind da mit dabei hier. Also die folgen sich da alle entsprechend gegenseitig und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fund Tweet und zwar hier von Cryptoys Research. Wenn meine Freunde fragen, wie es mit meinem Geldverlust aussieht, ja, nee, alles gut, mir geht's gut und ich sage, ich glaube, dass Bitcoin einfach wieder direkt von hier nach oben wieder hochgehen wird. Genauso wie XRP oder was auch immer, so, nee, nee, mir geht's gut. Der Coin geht jetzt straight up wieder nach oben, 100, 200 Prozent, gar kein Problem. Aber Spaß beiseite, ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute, ciao. Ciao.